So ihr Lieben, ich hoffe ihr seid gut in den 1. Mai getanzt. Ich bin ganz ganz ruhig in den 1. Mai getanzt. Denkt dran, bald ist Muttertag. Wer noch eine Idee braucht, sucht, guckt doch mal bei Gabriele vorbei. Auch ich selber trage ja unheimlich gerne Gabriele Sachen. Ich denke euch ist schon aufgefallen, ich habe immer diesen Reichtumsring an meiner linken Hand am Mittelfinger dreht man ihn, als Mann und als Frau an der rechten Hand auf dem Mittelfinger. Ja ihr Lieben, jetzt wird gleich wieder kommen, aber das ist doch deine rechte Hand. Nein, es ist meine linke Hand. Das sieht jetzt nur so aus, weil ich das Video so mache. Und das ist zum Beispiel ein Armband von ihr. Auch unheimlich schön. Guckt es euch mal an auf ihrer Seite.